Patrick Can aus Kanada. Er hat ganz einfach auch schon im Kurzprogramm geglänzt. Das war die Basis. Ja, und die erste Minute seiner Kür mit diesen hervorragenden zwei Vierfranthulops. Das war die zweite Basis. Das war die zweite Basis, ja. Das war die zweite Basis. 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 Das war die zweite Basis.